So hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus einer Pixelgrafik eine Vektorgrafik erstellen könnt. Vektorgrafiken zeigen selbst bei starken Vergrößerungen keine Pixel. Also legen wir los. Um Pixelgrafiken in Vektorgrafiken umzuwandeln, verwenden wir das Programm Inkscape. Zu Beginn öffnen wir zuerst unsere Pixelgrafik, die wir umwandeln wollen. Datei importieren. Danach schieben wir unsere Katze auf die Arbeitsfläche und wählen oben bei Pfad den Punkt Bitmap nachzeichnen. Und dann öffnet sich ein Fenster. In diesem Fenster sehen wir auf der rechten Seite immer eine Vorschau, wie es später dann aussehen wird. Und auf der linken Seite können wir zwischen einmaliger Scan und mehrere Scans auswählen. Ich wähle hier mehrere Scans aus, weil nur hierdurch kann ich farbige Vektorgrafiken erstellen. Im Dropdown-Menü muss ich dann Farben auswählen und kann dann mal auf die Vorschau klicken. Die Zahl bei Scans gibt an, aus wie vielen Farben unsere Vektorgrafik später bestehen wird. Bei diesem Bild reichen fünf Farben. Probiert einfach etwas herum, bis die Farben passen. Gut, dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Wir drücken auf OK und schieben das Fenster zur Seite. Und wir sehen jetzt, dass die Vektorgrafik sich über der ursprünglichen Pixelgrafik befindet. Wir können also die Vektorgrafik einfach wegschieben. Aber wenn wir uns jetzt die Grafik genauer anschauen, dann sehen wir, dass es zum Beispiel hier um die Augen Fehldarstellungen gibt. Diese können wir mit der Option Flecken korrigieren. Ich lösche kurz die fehlerhafte Vektorgrafik und gehe wieder zurück zum Fenster. Je höher die Zahl bei Flecken ist, desto eher werden kleine Flecken und Unreinheiten im Bild ignoriert. Wenn wir das jetzt einfach mal ausprobieren und nochmal anschauen, dann sehen wir, dass die Augen deutlich besser geworden sind. Bevor ich weitermache, lösche ich erst einmal die originale Pixelgrafik und schließe dann das Fenster von gerade eben. Es kann passieren, dass zwischen unterschiedlichen Flächen noch Lücken vorhanden sind. Diese können relativ einfach behoben werden. Hierzu muss zuerst das entsprechende Element ausgewählt werden, indem man links oben auf das entsprechende Werkzeug klickt. Und dann wird das Element markiert. Und anschließend wird unter Pfad und Erweitern die Fläche vergrößert, sodass sie an die anderen Flächen anschließt. Joa, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jetzt korrigieren wir noch das Katzenfell und dazu gehen wir wieder auf Pfad und dann auf Erweitern. Und dann ist die Sache erledigt. Wenn wir jetzt mal die Originalkatze mit unserer Vektorkatze vergleichen, dann sehen wir, dass noch einige kleine Detailverbesserungen notwendig sind. Zum Beispiel ist das Auge nicht ganz rund. Auch hier hilft uns wieder das zweite Tool von oben. Durch Verschieben und Löschen einzelner Knoten können wir die Rundheit des Auges wiederherstellen. Zuerst das linke Auge Und dann das rechte Auge Die fertige Grafik können wir ganz normal abspeichern, indem wir unter Datei auf Speichern untergehen und dort einen passenden Dateinamen eingeben. Anschließend auf Speichern klicken und fertig. So, das war mein erstes Tutorial-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und Abo da. Und wenn es nicht gefallen hat, schreibt mir bitte eure Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.